Servus und Willkommen auf der Felsbrauen der 300 Stunden Map Vorgegeben ist es los, natürlich Precision Farming habe ich drinnen Und ich habe da ein bisschen schon vorbereitet, der ist am Fliegen Und es ist eigentlich jede Menge zum Arbeiten, nur nach 20 Uhr will ich da nicht mehr, oder schön langsam nicht mehr Das ist auch noch ein bisschen blödes passiert, das zeige ich euch dann noch Und alles was ich mit diesem Trick jetzt von der PGA eingenommen habe, geht für den Kredit drauf Welche werden wir denn in den Intifik haben? Mich stört er ganz einfach Deswegen wird noch jede Menge geschaffelt Geht ja nicht mehr Passt Ja, zu dem komme ich gleich Auf jeden Fall brauche ich noch einiges an Rutsstimme tun, damit die Sonne so Ähm Ganz Die ganze Nacht durchläuft Vielleicht normalisiert sich der Ja, es ist nicht meins Überhaupt nicht meins Ja Und ja Wie gesagt, schlecht Normalisiert sich Der Preis dann über die Nacht dann wieder Ich hoffe er hört schon Schaut ja gut aus Einer gut erwischt Juhu Schaut ja gut aus Und das ganze Hier draufschmeißen gleich Und ja, der gefällt mir sehr gut Muss ich wirklich sagen Das ist alles leichter zu nehmen Und ich will nicht zum Hinn Und Hier färbeln So, dann schauen Was dann Gehört Ja, die Brot ist heute nicht durchlaufen Und Dann Die Hackschnitzel Da Zum Vorschein Beziehungsweise zum Machen Und äh, geht's sowieso Wie glaube ich denn 40.000 Kann man was rein? Ein bisschen was kann man rein Naja, sollte Reichen Und Was hab ich da 36.000 Besser als nichts Und Eines Müsste ich dann sowieso noch machen Nämlich Das Die ganzen Paletten Und der Paletten Und halt Alles was ich so produziert habe Wegräunen Also alles was schon provoziert ist Die Zu die richtigen Fabriken weiterleiten Beziehungsweise Alles gleich Richtig hinstehen Beziehungsweise Verkaufen Das Das Passt Das Passt Das Passt Das Passt Ja Ja Das Seh ich dann schon Gut Die Schweine habe ich schon gemacht Und Hier sitzt Das Hinten Meine liebten Wir sind dabei Guten Abend Alles mit der Ruhe Ich mache mich besser Sauber Ich höre mich besser zusammen Weil ich sie euch besser fühle Und Ich bin gleich wieder weg Dann könnt ihr schlafen Hier dann auch schlafen Das Was Gut macht Was Das Das Sollte Fertig sein Um Wie schaut das bei den Hühner aus Oh Das Bleib stehen Zurück Oh 27 Kilo Ah Ja Passt So Ähm Das kann die 17 nicht durchgeführt werden Ach Da krieg ich's nicht doch Geht doch Ähm Schaut das hier aus Ähm Ich hab eins da Äh Schöp wartet nach vorne Ähm 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 Bevor ich es noch vergesse Und vor allem weil ich ihn hier sehe Ähm Es ist ein bisschen was an Mist übergeblieben Gottseidank Aber Lass mal so Ich hab ihn immer hier Hingestellt Ich bin ja sowas Und bin gespannt wie es mir ein bisschen Schafrommeln weitergeht Aber das Sehe ich dann schon alles Aber das Weiter geht's im Text Ja das ganze herrichten vom Schlafrommeln ist Es ist ein Graus Ich sag so es ist es Es ist ein Graus Wenn man hier einfach nur noch entfernt und alles herrichten und reinigen und man könnte eigentlich so viel hier nicht machen aber ähm Eigentlich sollte man das Ganze dann noch fertig machen und ja Ja Wie gesagt ähm Ähm Ah ja Dauern in gewisser Weise etwas länger aber sie bringen ganz schön viel Kohle muss ich ehrlich gestehen So So Fertig So Das ist immer so fertig Der passt hier Ja ich hab mich dann ein Trachtdorchen gekauft Vielleicht nur sieht man es an den alten Messerfäger Wie ist das denn Hier sind die 30 nennzig Uh Schäfchen Ja Passt Ja Schweine die habe ich auch verkauft und ich will alles sammeln das sollte alles vorgerettet sein dass ich im Prinzip mal probieren wir schlafen gehen und dass irgendetwas stehen bleibt so ja der ist fertig der muss noch das passt der bleibt auch stehen ja muss so sein ich bin schon fertig soweit ich stelle den mal zurück ich stelle den mal zurück wie gesagt ich stelle den mal zurück gut dann wird schlafly dann kann ich mal weiteres herrichten bis zum nächsten Video um ja na gut das ganze wird noch ein bisschen länger dauern meine ganze Fände dann einmessen einschicken bohren und dies und das das dauern noch aber gut auf jeden Fall dann auf zum Hof ja das muss ich auch noch ja wie gesagt auf zum Hof den hinstellen und ich sehe schon wie es weiter geht und das erste was ich tue wird so sein und das erste was ich tue wird so sein mal einmal das was ich vorher gesagt habe nämlich die Kredit zurückzahlen so gut soweit sollte alles gemacht sein ähm das ist 8 Uhr 10 Stunden schlafen verdrechen 296.000 super so 2200 Betriebskostengebäude ja die die sind die sind komplett voll oh Milch verkaufen 40.000 ich will noch oh das ist noch eine neue der neue jetzt muss noch eine neue ja 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 ähm 12 17 32 37 42.500 oh 50.000 oh oh ups ich kann gar nicht was vergessen ok mein Feder mein Feder ah ja aber macht nix um jasmin um da haben wir schon einmal rüber bestätigen ah wie sieht das ganze jetzt aus krass sind schon fast fertig gebaut habe ich noch nicht und die sind immer noch nicht fertig sehr schön oder muss das jetzt noch synchronisieren kann sein so wieder mal zurückgeben jetzt mit die 45.000 von jetzt so und die 3 und die und und die mal zurück zurück 590.000 cool respekt so ja der steht schon wieder irgendwo da jup ach fangen wir jetzt mal mit den Schafen wieder an dann neuer Tag neues Glück Io ich glaube das benutze ich öfters ja ist der mit sich versprochen muss man nicht sagen für die so ist das gibt nichts so viel zu viel So, ich fülle da mal rein. Gut, das war's dann soweit. Jetzt habe ich sowieso wieder bezogen. Tut leid, Freunde, und wenn es euch gefallen hat, lasst einen Daumen nach oben da. Vergiss nicht zum Abonnieren und wir sehen uns, tschau.